Vielen Dank. 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 ... 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 Sie können den Ventilator öffnen. 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 Sie können the Ventilator öffnen. Sie können den Ventilator öffnen. Sie können den Ventilator öffnen. Vielen Dank. My English is not so good because that's a problem for me. I don't get all and I don't want to be any longer. Okay. Because of the language? Also. And I don't... It's the main reason. You didn't ask the permission to film me. Never ask. It's not right. We said it in the introduction. No, I said I can't. There's a paper outside that says... Yes, but I didn't read. So you have to ask. And I'm not willing to be filmed without my permission. We said it in the introduction. But your English is so low. I said please speak more powerful and you didn't. So we couldn't understand what you said. And other people said please speak louder. You could have speak louder. You hear? I have to ask. So please let me know. Are there people here? Yes, so please let me know. I'll try it. Thank you. 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 Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja! Musik Also können Sie Are SHE listening? Yes Can you please give us some kind of rifle and some amounts of relaxationes because we see that you are very relaxed there and we are not so much Ja, ich könnte mich nicht mehr so sagen. Was? Was? Ja. Vielleicht die Menschen in Europa haben viele viele andere. Ja. Vielleicht kann ich mich auch noch mal so sagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Wie geht es? Was? Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. Can you... Do you know... But... ... 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 Es war ziemlich verbunden mit dem Thread. In der ersten Halbzeit haben sie sehr schnell erkannt, dass es sehr schwierig zu haben. Und niemand versucht es zu übernehmen. Und in der zweiten Halbzeit haben sie versucht, dass sie uns diese Ideen verabschieden haben. Ich denke, sie haben es übernehmen. Und es war ziemlich fantastisch. Es war sehr wichtig, weil sie verschiedene Art von uns zu kennen. Ich weiß nicht, ohne zu sprechen, aber mit ihren Körper. Sie versuchen, ihre Körper zu verbinden in unterschiedlichen Art. Zumindest wie ich es erlebe. Und für mich, das war interessant. Ich glaube auch, dass wir versuchen, zu verabschieden, die wir in der Verkaufung haben. Und durch unsere Körper, und durch unsere Körper. Und durch die Reimung. Wir haben uns in einer Art von der Erkaufung. Das ist eine Art von uns, die uns in der Verkaufung mit der Verkaufung. Und es war gut. Wir hatten einige gute Zeit, die Zeit, wir hatten einen paar Berater. Die Leute haben sehr gut gehört und sie sind in der Situation sehr gut. Aber für den ersten Teil, würde ich lieber eine Gespräch über ein Thema und versuchen, die Situation in dieser Art und Weise zu lösen, wie eine reale Dialog über etwas, stattdessen, dass jeder in der Mitte bleibt und niemand spricht über ein Problem. Ich weiß nicht. Es war sehr wichtig, und es war, dass wir etwas zu sagen können, aber wenn die Dinge schwierig sind in diesem Konzert, meistens wir versuchen, zu gehen auf einfache, physische Dinge, die mit unseren Szenen haben, stattdessen zu arbeiten, auf unsere realen Verbindung, um zu lösen die Dinge, die nicht lösen sind zwischen einem Gruppen. und ohne mich zu lösen sind, was wir hier ein paar Fragen auch immer gut verantwortlich haben, was wir bei uns ein paar Fragen interessiert sind, was wir haben in der Sendung das eine Frage, was wir hier ein paar Worte getragen haben. Was ich interessant finde, Wir waren sehr irritiert, da waren viele Leute weg. Es war schwierig, weil wir alle nicht kennen, und es war schwierig zu verstehen, wegen der Sprache und der Geräusche. Aber ich fand es interessant, dass ich zuerst nicht wusste, was zu tun. Viele von uns waren sehr irritiert, und ich dachte, was ist hier passiert? Wir mussten eine Unterstützung von Forming Circle. Und dann kam ein Bewegung in uns als Grupp, und ich fand das sehr interessant. Erstens, irritiert und gegen uns. Ja, wir hatten keine positive Änderung. Wir waren ein bisschen, ja. Helpless, oder ich fand es helpless. Und dann, ja, wie es sich verändert hat. Und dann, ja, wie es sich verändert hat. Und für mich, es war die Verantwortung, die Verantwortung, die Verantwortung für, wo ich bin und was ich mache, mit dem Zeit in diesem Raum habe in diesem Raum. Wenn ich mich gerne, oder wenn ich mich gerne, oder wenn ich mich frustriere, oder wenn ich mich gerne, be part of das Veränderung. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich war heute über die Information, based auf Capitalismus, based auf, let's say, things that most people here probably are not fond of. Ich war gefragt, ob sie das auch mit uns gemacht haben. was hier. Because when at the end, I saw the two people running around with the mobile phone. Basically, they took over the job, but I think they wanted us to take over the job. And, perhaps that also was a form of manipulation. What they did with us as a group. So, you know, I don't know. Yeah, but I think they are all related anyway. So, it's a question, what is manipulation, and what is just being related? Okay, I mean, if I read the paper, okay, it's about, let's say, the collective subject, you know, acting as a group, and not being manipulated by, I don't know, what is happening in the world. Thinking freely. Okay, we acted together as a group, we, you know, displayed some positive energy. You could look at it this way, but you also could say, you know, they manipulated us, doing, in that sense, you know, taking over the mobile phone, and, organizing the whole thing. So, I don't know whether that was the free, the free collective subject, you know. you know, I think, I don't know if that's fine. I don't know if that's fine. I think that's fine. I think that's fine. I don't know if that's fine. I think that's fine. And for me, it was interesting, that when we had the time, there were not so many people, to try and get in contact, like, more personally, to each other, Aber immer wieder zu haben, dass sich zwischen uns und nicht zu weitermachen und nicht zu weitermachen. Aber wenn man sich immer wieder anfangen will, dann wird sich immer wieder anfangen. Ich mag die samee Rhythm, ich glaube. Und jetzt sind wir sehr unterschiedlich aus dem Start. Und da war es ein physischer Kontakt. Es gibt ein voicekontakt. Ja, wenn wir keine realen Kontakt haben, du tun, wie die anderen acten. Du schriftst dich, wenn du dich auf einen Moment schaffst, wenn du dich im Gegensatz zu sehen kannst. Weil, dass alle singen, du fangst auf, weil du war-artigst, du fangst nicht mehr mit dem Suzanne, dass du dich in deinem Leben bist. Es war eine sehr intensiv Erfahrung und ich denke, dass du, als Artists, sehr gut gemacht hast, auf eine sehr schwierige Atmosphäre. Ja, das war eine sehr schwierige Atmosphäre. Es war eine sehr schwierige Atmosphäre. Du hast auch eine sehr gute Arbeit gegeben, weil es uns nur ein wenig Druck gegeben hat. Ich kann ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, aber ich fühlte mich, dass ich frei war. Vielleicht ist das die wichtigste Sache.